Die Behörde Korf erhält vom Polizeibüro ein geharnischt Formular, wer er sei und wie und wo, welchen Orts er bis an heute war, welchen Stand und überhaupt wo geboren Tag und Jahr, ob ihm überhaupt erlaubt, hier zu leben und zu welchem Zweck, wie viel Geld er hat und was er glaubt. Umgekehrtenfalls man ihn vom Fleck in Arrest verführen würde und drunter steht Borowski Heck. Korf erwidert darauf kurz und rund. Einer hohen Direktion stellt sich laut persönlichem Befund und dich angefertigte Person als nicht existent im Eigensinn bürgerlicher Konvention vor und aus und zeichnet, wenn schon hin mit bedauernd nebigen Betreff, Korf an die Bezirksbehörde in. »Staunend liest's der anbetroffene Chef«. Es ist sicher der Rede wert, daß dieses Gedicht in Terzinen gereimt ist, also formal anspruchsvoll. Ich denke auch, wenn behördliche Schreiben gereimt wären, kämen nur Terzinen oder Sonette in Frage. Korf erhält vom Polizeibüro ein geharnischt Formular, wer er sei und wie und wo. Wir wundern uns natürlich, wie ihn das Formular erreichen konnte, wenn die Behörde weder weiß, wer er ist noch wo er wohnt, und geharnischt, also im scharfen Ton, sind normalerweise Briefe, aber keine Formulare. Welchen Orts er bis an heute war, welchen Stand und überhaupt, wo geboren Tag und Jahr. Das Gedicht stammt aus den letzten Jahren des Kaiserreichs und somit ist mit Stand der bürgerliche oder der Adelsstand, nicht der Familienstand, gemeint. Ob ihm überhaupt erlaubt, hier zu leben und zu welchem Zweck, wie viel Geld er hat und was er glaubt. Jetzt scheint es sich schon fast um eine Anfrage des modernen Ausländeramts zu handeln, wobei es sich bei der Frage, was er glaubt, um eine schöne Doppeldeutigkeit handelt. Ist es die Frage nach seiner Konfession, oder fragt man ihn empört, was er sich erlaube, überhaupt zu leben? Umgekehrtenfalls man ihn vom Fleck in Arrest verführen würde und drunter steht Borowski Heck. Schön diese behördlichen Genitive. Welchen Orts, welchen Stand, umgekehrtenfalls, was ihr übrigens logisch keinen Sinn ergibt. Von der Verführung ganz zu schweigen. Korf erwidert darauf kurz und rund mit einer Parodie auf das Verwaltungsdeutsch. Er beginnt ein Feuerwerk an Fantasieverwaltungsdeutsch, wie es auch einem ungeübten Briefschreiber aus der Feder laufen könnte, wenn er beim Versuch, formell zu schreiben, nach solchen Vorbildern strebt. Gemäß dem Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern erfolgt die Zahlung im Vorgriff auf die Änderungstarifverträge unter dem Vorbehalt der Rückforderung und unter Ausschluss der Berufung auf den Wegfall der Bereicherung. Oder wenn eine Briefmarke Postwertzeichen heißt, ein Zaun, Einfriedung und so weiter. Zu Morgensternszeiten war das preußische Beamtendeutsch zudem noch von ganz anderer Qualität. Einer hohen Direktion, gemeint ist wohl die Direktion der Behörde, stellt sich laut persönlichem Befund, er hat es also selbst gemerkt, untig angefertigte Person, das Wort Ausfertigung gibt es und wird praktisch nur für behördliche Schreiben verwendet. Nun sind Personen in irgendeinem Sinne auch angefertigt, aber untig angefertigt will sich wohl darauf beziehen, dass sie unten genannt wird. Als nicht existent im Eigensinn bürgerlicher Konvention vor und aus und zeichnet, wenn schon hin mit bedauernd nebigen Betreff, Korf an die Bezirksbehörde in. Er stellt sich vor und er stellt sich aus, stellt sich demnach wohl als nicht existent vor oder als solches heraus und ist gewissermaßen in dieser Hinsicht ein interessantes Ausstellungsstück. Das zweite UND kommt irgendwie als Ersatz für das unvollständige Unterzeichnen zum Einsatz. Das Nebige macht schön auf den absurden Klang eines obigen Betreffs aufmerksam. Staunend liest's der anbetroffene Chef. Die Erzählerstimme ist auch von den Neuschöpfungen des Pseudobehördendeutschs verwirrt und kann sich nicht entscheiden, ob das Schreiben den Chef antrifft oder ob er von dem Schreiben betroffen ist. Und worüber staunt er? Dass man ihm eine solche Antwort zumutet oder etwa über die Tatsache, dass Korf natürlich Recht hat. Er ist nämlich in eigentlichem Sinne und im Sinne bürgerlicher Konvention tatsächlich nicht existent. Er ist schließlich eine rein literarische Figur und Erfindung seines Autors. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020